Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man eine einfache Aufgabe zur Spannungsteilregel von Hand rechnet und dann im Netzwerksimulator LTSpice eine kleine Probe dazu macht. Als Beispiel-Netzwerk nehme ich natürlich mal eine Spannungsquelle und damit sich die Spannung dieser Spannungsquelle jetzt aufteilen kann, natürlich zwei in Reihe geschaltete Widerstände. Die heißen gleich mal H1 und R2 und diese Spannungsquelle soll in meinem Beispiel mal den Wert U0 gleich 18,6 Volt haben und diese beiden Widerstände R1 und R2 sollen mal 350 Ohm und 190 Ohm als Wert haben. So, wenn man das jetzt eben von Hand aus rechnet, wie sich diese Gesamtspannung U0 in die beiden Teilspannungen U1 und U2 aufteilt, dann braucht man die Spannungsteilregel und die sagt eben, die Teilspannung U1 ergibt sich aus dem Teilwiderstand, über dem diese Spannung abfällt, durch den Gesamtwiderstand, das ist R1 plus R2, mal die Gesamtspannung, das ist die Quellspannung U0 und dann kann man die Werte hier einsetzen, Taschenrechner eintippen und kommt dort auf 12,06 Volt. Ja, über der Größe, über dem größeren Widerstand fällt natürlich der größere Teil dieser Spannung ab und wenn man die Gleichung äquivalent nochmal aufschreibt für die Spannung U2, dann ergibt sich diese Teilspannung aus diesem Teilwiderstand, geteilt durch den Gesamtwiderstand, mal die Gesamtspannung, setzt die Werte ein, rechnet das aus und kommt dann auf 6,54 Volt. Und wenn man jetzt diese beiden zusammenrechnet und addiert, das kriegt man fast im Kopf hin, dann kommen da natürlich wieder 18,6 Volt raus, das sollte ja auch so sein. Die beiden Teilspannungen sollten laut dem Maschensatz natürlich wieder diese Gesamtspannung ergeben. So, und das Gleiche können wir jetzt probieren in LTSpice zu machen. Dafür brauchen wir erstmal zwei Widerstände, die findet man hier oben bei diesem Widerstandssymbol. Klicke ich die mal hier hin, die sehen ein bisschen anders aus, das ist das amerikanische Symbol. Zwei Widerstände mit der Escape-Taste kommt man wieder aus diesem Modus raus. Und jetzt brauchen wir eben noch eine Spannungsquelle, die findet man hier unter Component und dann unter Voltage, dem englischen Begriff für Spannung. Und die packe ich mal genau wie in meiner Schaltung drüben auf diese Seite. Dann kann man mit dem Wire-Tool hier oben das schön miteinander verbinden und verdrahten. Und da gehe ich einfach die Masche ringsrum und gehe zurück zu der Spannungsquelle. Und dann braucht man, um dieses Modell hier wirklich simulieren zu können, das, was hier im Hintergrund abläuft, ist eine Knotenspannungsanalyse. Die braucht einen Bezugsknoten, einen Referenzknoten. Dafür muss man einen Masseknoten festlegen. Den findet man hier, den packe ich mal an das untere Ende der Spannungsquelle dran. Und verdrahte das noch mit der Escape-Taste, kommt man wieder aus dem Verdrahten-Modus raus. Mit Space kann man die Schaltung hier wieder zentrieren. So, das ist schon mal die gleiche Schaltung. Wir brauchen jetzt natürlich noch diese Werte. Da klicke ich mit der anderen Maustaste drauf und gebe mal ein 18,6 Volt. Anstatt Komma muss man hier einen Dezimalpunkt verwenden. Und bei den Widerständen geht das genauso andere Maustaste drauf. Das sind 350 Ohm in meinem Beispiel. Das sind 190 Ohm in meinem Beispiel. Und damit kann man eigentlich schon simulieren. Simulieren geht mit diesem kleinen Männchen hier. Und das, was wir jetzt simulieren wollen, ist nicht im Zeitbereich, nicht Transient, sondern wir nehmen das hier hinten, ein DC Operating Point Solution, ein Gleichspannungs-Gleichstrom-Arbeitspunkt, ein Arbeitspunkt, und simulieren. Und da kommt raus, die Spannung an einem Knoten 1, das ist 18,6 Volt. Okay, das ist unsere Quellspannung. Die Spannung am Knoten 2, das sind 6,54 Volt. Das sind genau die 6,54 Volt, die wir unten ausgerechnet haben. Wir müssen jetzt nur mal gucken, wo ist dieser Knoten 1 und dieser Knoten 2. Und wenn man jetzt hier unten in diese Ecke schaut, da wo mein Cursor ist, und ich mit dem Cursor über die Leitung fahre, dann sieht man, ah ja, das ist der Knoten 1, da kommt auch raus 18,6 Volt. Klar, das ist unsere Quellspannung. Und das hier ist der Knoten 2, das ist die Spannung an dem anderen Knoten. Und das heißt, die Spannung über diesen Widerstand hier, die kriegt man jetzt nicht so ohne weiteres raus. Da müsste man jetzt tatsächlich ganz einfach die Spannung, natürlich minus diese Spannung hier rechnen, einfach mit seinem Taschenrechner oder dem Rechner auf dem Computer. Und dann kriegt man die Spannung über diesem Element raus. Ich mache jetzt mal noch einen kleinen Trick als letztes. Ich nenne mal das hier U0, so wie die Spannung in unserem Beispiel heißt, unsere Quellspannung und packe das mal hier oben hin und verbinde das. Damit kann ich nämlich diesem Knoten hier einen festen Namen geben. Das steht jetzt unten wieder, wenn man in diese Ecke hier schaut, das ist der Knoten U0. Und genauso nenne ich den Knoten hier in der Mitte noch. Das war ja unsere Spannung U2. Ich packe das mal hier in die Mitte irgendwo dran, zum Beispiel hier, und verdrahte das nach hier hin. Und dann ist das eben wieder, wenn man in die Ecke hier unten schaut, der Knoten U2. Und wenn man jetzt noch einmal simuliert, dann sieht man, okay, die haben jetzt nicht mehr diese etwas seltsamen Namen, mit denen man nicht so etwas anfangen kann, sondern die Spannung an dem Knoten U0 oder das Potenzial an dem Knoten U0, also unsere Spannung U0, klar, die, die wir reingegeben haben, sind 18,6 Volt. Die Spannung an dem Knoten U2, die Spannung über diesen Widerstand R2, das sind eben 6,54 Volt, genau wie wir es hier ausgerechnet haben von Hand. Und wenn ich das minus das rechne, dann würden natürlich die 12,06 Volt rauskommen. Und damit ist dieses Video fertig. Spannungsteil der Regel einmal von Hand gerechnet, Spannungsteil der Regel einmal als Probe in LTSpice simuliert. Spannungsteil der Regel